Servus! Peace Freunde! So, auf geht's in den Zoo nach Schmieding, Brillez betrachten Giraffen Und Giraffen sind auch da? Ja, scheinend! Ja mega! Haut rein! Bis gleich! Okay, wo ist denn hier der Rotkopfmann Gabel? Ah, da ist er ja. Trainierst du die Beine? Nee, nee. Das sieht man man. Trainierst du die Brust? Das hört nicht auf jeden Fall an den nächsten Grund, warum man die Beine trainieren soll. Ich will ja nichts sagen vorne, aber ich glaube, die haben es mit der Massephase etwas übertrieben. Ja. Oh mein Gott, Freunde. So, Freunde, das war's jetzt. Nach dieser Guerrilla-Attacke habe ich jetzt genug. Ich würde sagen, wir haut schnell ab. Habt ihr auch schon mal so etwas Grasses erlebt in den Zoo? Also ich nicht. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Jetzt haben wir uns ein kurzes Nickerchen gegönnt. Wir waren ziemlich fertig nach dem Ausflug in den Zoo. und ratet mal, von was ich geträumt habe. Ja, richtig. Ein Guerrilla hat mich angegriffen. Oh mein Gott. War richtig heftig, muss ich sagen. Scheiße. Also das wird mir jetzt noch die nächsten Tage, glaube ich, wird mich das in der Nacht verfolgen. Und jetzt ist es Zeit für einen Workout. Gemeinsam mit meiner Freundin wird sie jetzt ein Beine-Workout durch. Und bist auch motiviert jetzt für einen Workout. Also jetzt gönnen wir uns erstmal einen Booster in meinem Ninja Warrior Shaker. Ich habe bei Ninja Warrior mitgemacht, was du den Vlog noch nicht gesehen hast. Ich habe alles abgefilmt. Kannst du hier oben draufklicken oder ich verlinke euch das Video nochmal unten in der Videobeschreibung. Natürlich war auch Paulina mit am Start. Wir waren da gemeinsam unterwegs und ist ein richtig cooler Vlog geworden, oder? Richtig cool. Ja. Ja, war ein richtig cooler Tag auf jeden Fall. Kann man sich anschauen. Bitteschön. Perfekt. Danke. Cheers. Prost. Extrem gut, Freunde. Und jetzt sind wir motiviert fürs Workout. Los geht's. Boah, ich sage euch eins. Also so viel schlecht trainierte Beine sieht man, glaube ich, nur im Zoo. Oder vielleicht auch noch im Club. Aber den beugen wir vor, indem wir die Beine trainieren. Really, nigga? Jetzt mache ich gemeinsam mit meiner Freundin das Beine-Hourkout, das ich für euch bereits abgefilmt habe. Einfach da oben draufklicken oder dann unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch das Video nochmal. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Macht auch hier das Beine-Hourkout jederzeit. Das könnt ihr von zu Hause machen. Ihr braucht dazu absolut gar nichts außer euch selbst. Und das war's dann auch schon. Ja, das war's jetzt, das Workout, Freunde. Wir haben's geschafft. Ja, wir haben's geschafft, war knapp, war aber richtig krasses Training, oder? Richtig krasses Training. Ja, fach. Kann ich euch nur empfehlen. Ja, ich auch. Und ich mache das Workout jeden zweiten Tag für die Beine zu Hause und es ist wirklich mega, mega geil. Also vernachlässigt die Beine auf keinen Fall, Freunde. Ich bin so klar. Freunde, wenn euch so viel Vlogs mit mir und Paulina gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und ein Kommentar und vergesst nicht, die Abo-Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Folgt uns gerne auch auf Snapchat und Instagram. Ich verlinke unsere Links unten in der Videobeschreibung. Dann verpasst ihr keine Stories mehr und bleibt immer updated, up-to-date, up-to-date. Genau. Ich freue mich, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Peace. 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 Du bist in der Endcard drinnen, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Ja, 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 ja.